ja hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 59 mittlerweile unseres Let's Plays zu Bloodborne Hallo Kirby! Hallo Smurlock! Schick siehst aus! Dankeschön, Dankeschön im Vordergrund, wir im Hintergrund der Mond und vor uns ein Grabstein. Wir haben nämlich genug Zutaten gesammelt, um jetzt den unteren Ptumeru-Kelch anzugehen. Und das werden wir jetzt auch machen, so, ritual durchführen. Und ich glaube danach werde ich versuchen, das Spiel auch zu beenden. Das ist das erste Mal. Wenn wir merken, wir sind immer noch zu schwach, dann müssen wir halt weiter Kälchen machen. Uhu, ich bin gespannt. Ich auch. Guck mal, was wir jetzt mal Neues sehen hier. Ja, ja, ja. Und neue Endgegner. Was heißt, neue Endgegner wissen wir ja nicht. Vielleicht auch alte Endgegner. Genau wissen wir das nicht. Aber andere. Genau. Wir gehen zuerst mal in den Seitengang, ne? Ja, immer gut. Das haben wir eigentlich immer so gemacht. Das müsste jetzt auch langsam bestimmt schwerer werden wieder von den Gegnern, ne? Ja. Weil das war jetzt auch der letzte Anwählware. Ja, stimmt. Oh, die dicke Spinne kommt da auf dich zu. Krabbelt. Ach. Schau mal einer an. Oh ja. Oh ja. Oh ja, doch, die machen Schaden. Die machen Schaden, ja. Die, äh, die machen Schaden. Okay. Also Vorsicht ist geboten. Nicht Stich. Was hängt denn hier? Blut. Ah, super. Die kriegen wir schon mal wieder. Das ist dann nett. So, natürlich gucken wir uns erstmal hier oben um. Mhm. Wollen wir ja nichts verpassen. Noch eine Spinne. Heck. Diesmal holen wir uns ein bisschen. Das sind unangenehm, die Spinnen. Ja, ja, schon. Mein Gott, das ist ja riesig. Gut, da hinten ist was. Zwei Sachen habe ich zum Aufheben gesehen. Ach, guck mal, das ist nur so ein, äh. Ach, das ist der Sackträger. Sackträger. Ja. Aber kannst du ruhig eine Blutviole verwenden, weil die eh voll sind. So, Quecksilberkugeln sind auch voll. Ja, aber dadurch, dass du ja gesagt hast, du willst hier das große Finale in, äh, naher Zukunft starten, ist auch gut, wenn wir unsere Kiste daheim voll machen, quasi. Ja, richtig, richtig. Das ist ja zum Glück nicht verloren. Guck mal, die müssen jetzt brauchen wir jetzt schon zwei Schläge hier. Ja, das hat sich alles verschärft. Aber das ist ja auch gut. Sonst bist du nachher so ein Philippale-Game gewöhnt, wenn du hier richtig Ärger kriegst. Das ist ja auch nichts. Mein Gott, was ist los? Hör mal. Die wehren sich ja richtig. Oh, guck mal, jetzt kriegen wir Ritualblut von der vierten Stufe her. Das ist super. Ist das auch was für den Isch-Keld oder den Loran-Keld? Ich bin mir da nicht sicher. Ja. Ich glaube, dass was aussah wie eine Schale und nicht wie eine Vase. Du verstehst, was ich meine. Und was ist das denn da? Der brennt. Der ist zu zweit. Hör mal, der hat Lange nicht mehr gemacht. Haha, danke. Vielen wieuerl, dass ich ihn noch mal verremos habe. Dass der dich bei dem zweiten Heap nicht erwischt hat, das war fast schon ein Wunder. Aber irgendwie hast du dich da so geschickt noch mit dem zweiten Kontermove zur Seite gedreht, dass der nur deine Hüfte gestreift hat. Ja, die einen nennt es geschickt, die anderen glücklich es gibt kein Glück das gibt das Glück des Tüchtigen in der Hand so wo man reingekommen bin ich hier ein bisschen da so reingekommen genau da liegt nämlich der vor der Tür das war echt gut platziert da wird nicht das ist Stufe 2, das brauchen wir nicht das braucht doch kein Mensch da gibt es auch eine Leiter aber auch noch einen Weg was machen wir denn zuerst? eigentlich müssten wir jetzt den Weg oben weiter gehen ja wir gucken erstmal die obere Etage komplettieren genau das heißt hier lang richtig aha aha eine Tür aha so so ach guck mal alles klar den so Räume kennen wir doch da sind normalerweise Dickechen drin aber die sind nicht mehr da jetzt ist der hat man doch als Entdecklein ach die Scheiße ich musste der Mitte mit dem Schwert kompensieren das würde ich auch gerne das ist ein zugefüßes Oga kann ich nicht genug Oga-Nahm wie das hier ist das schön war gut der Stufe 3 ja du hast immerhin ein Tuschdopfe stimmt so das Organ gucken wir uns das aber auch mal an ne Aber der Gegner gerade sah ja wirklich fast aus wie der letzte Endgegner, den wir hatten, weißt du noch? Ja, stimmt. Der alte Typ, der Zauselige, der so schnell war. Dieser, der Abkömmling, der Ptumeru, Ptumerianische Abkömmling oder wie er es heißt. Genau, genau, aber dieses, was du immer sagst, das mit Pt anfängt, das kann ich nicht sagen. Ptumerianisch, hoffentlich. Ich kann es nicht. Hoffentlich müssen wir es auch nicht mehr allzu oft. Rotes Gelee, lecker. Dazu gefügtes Organ. Anzeigen. Besonderes Material für ein Ritual des Heiligenkelts. Besonderes von Heiligen... Durch den zusätzlichen Ritus der modernen Opfergabe erschienen gottlose Kräfte. Ja, ja. Soll das auf dem Bild sein? Was, eine Leber? Eine Leber? Ich weiß. Das ist gerade gar nicht zu sehen. Das könnte auch ein Fötus gewesen sein, aber das ist ja kein Organ. Hört sich beides irgendwie eklig an, ne? Ja. Man hat nicht so richtig erkennen, was das sein soll. Ein Herz ist es nicht. Ein Herz ist es nicht. Ein Herz ist es nicht. Eine Niere. Das ist ja eine Niere vielleicht. Was für eine ekelhafte Unterhaltung. Lassen wir das doch einfach. So, dann geht es jetzt hier runter. Jawoll, Ski. Aber wir nehmen lieber die Leiter. Immer besser. Wo ist die Leiter denn hin? Gab es hier eine Leiter? Es gab ja keine Leiter. Müssen wir jetzt wieder zurück in den Raum davor, aber da gab es eine Leiter. Ja, richtig. Genau. Also nicht hier, aber... Nee, aber der so außer wie der Raum jetzt halt. Genau. Das ist ja nur ein Flur. Ich guck mal eben, ob ich auch keine Abzweigung hier links liegen lasse. Lass dir die Zeit. So, jetzt können wir aber mal wieder ein bisschen Gas nehmen. Ich hab Hunger. Du hast Hunger? Tut mir leid, ich hab nur Organe bei mir. Das mag ich nicht. Ich esse keine Innereien. So, guck mal, hier kommen wir nämlich her. Ich hör schon, da ist jetzt der Leiter irgendwo. Genau, und hier oben geht es aber nicht weiter. Nee, nee. Hä, was ist das denn? Ach, das ist so eine Falle. Wenn er drauf tritt, dann passiert es auch. Obwohl, bei dem glaube ich das fast gar nicht, weil er vor seinem Mund die Fackel hatte. Das kann er gar nicht schießen. Dann schieß er sich ja nur vor die Fackel. Das ist ja Blödsinn. Er schießt sich vor die Fackel. Ja. Es gibt so Leute, die agieren ihr ganzes Leben so. Schießen sich ständig selber vor die Fackel. So, wer hat jetzt die so gestapft? Du warst das, mein Freund. Herr Nikolaus. Okay, okay, right. Mein Good Story. Kann jemand so dünn sein und so einen Krass machen beim Laufen. Schrei, 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 schrei. Schrei, schrei. Schrei, schrei, schrei. Und gib mir dann Ritual. Schon wieder der Stufe 4, das ist ja supergeil. Also eigentlich findet man immer so das, was man fürs nächste Höhere braucht. Nur irgendwann zwischenzeitlich ging das einfach nicht. Da hat man nicht genug gefunden. Ja, aber ich glaube, weil wir dann auch nicht nach allem Ausschau gehalten haben. Also dann haben wir uns einmal beeilt oder so. Und dann hatten wir auf einmal zu wenig. Aber jetzt scheint sich das wieder hinzukommen. Ja, vielleicht müssen auch manche einfach zweimal gemacht werden. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das vom Spiel, ich meine, es ist ja auch viel Arbeit für die, das alles zu entwickeln. Ja, vor allem so generische Labyrinthe. Ja, ja. Vielleicht hätte man ja auch manche schon das. Juhu. Entschuldige, ich wollte es nicht. Nee, ich habe es mir auch gerade, wenn ich das gesagt habe, oh, wie gut du bist. Anders überlegt, wollte ich sagen. Ich dachte, vielleicht hätte man ja auch manche schon im Spiel finden können. Aber wir sind ja wirklich im Spiel überall bis jetzt gewesen. Und haben das überhaupt nicht schnell, sondern sehr gründlich gemacht. Also habe ich das wieder verworfen. So, auch keine unliebsamen Gekker. Nur ein Geschenk. Was gibt es? Handgelenk des Weisen. Ich wollte schon immer mal das Handgelenk eines Weisen haben. Ach, guck mal, hier sind wir wieder am Anfang. Nicht zu verwechseln mit dem Weisen, der mit AI geschrieben wird. Das ist der ohne Eltern. Ja. Aber Weisen können auch weise sein. Das geht, das geht absolut. Das eine schließt das andere nicht aus. So, ich glaube, hier war es das jetzt erst mal. Und hier geht es auch nirgends lang. Ich glaube, dann können wir uns echt da hinten wieder runterfallen lassen, oder nicht? Das klingt nicht gut. Warum? Runterfallen lassen klingt an sich schon nicht gut. Oder sollen wir nochmal den Fußweg antreten? Wenn ich erinnere mich, dann habe ich die Orientierung verloren. Nein, also ich meine, wir haben alles hier. Ja, dann glaube ich dir einfach, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Was war das nicht der Zusatzgang? Der doch, das war der Zusatzgang, aber da muss ich nicht runterfallen lassen. Ah, now I'm kidding. Ach so, jetzt sind wir wieder im Hauptgang. Genau, hier sind wir reingegangen. Da waren wir aber nicht überall, oder? Echt, weil wir sind doch komplett nur oben gegangen und jetzt kurz den Zusatzgang. Ja, aber der Zusatzgang war das letzte, was wir dann abgeben müssen. Ja, dann glaube ich dir, okay. Aber wir können immer ganz kurz und überall waren. Also oben waren wir definitiv überall. Und ein Wiesig nicht. Ich will mich nicht mehr auf, nur mal sicher gehen, ne? Mal drängst die Leiter runter. Genau, hier oben hatten wir alles. So, man hat absolut alles. So, da ist halt wirklich jetzt auch nicht so viel. Nee, dann denkst du ja hier lang. Und hier drin war schon der Geheimgang. Den ist aufgeschlagen. Genau. Ja, aber warte mal bevor die Wiederhochkester wissen, dass da nichts mehr war, außer dass du dich runterfallen lassen konntest. Ja, und hier war auch nichts mehr. Ja, gut. Dann haben wir das so geklärt. Sehr gut. Geh mal hier zurück. Jawohl. Der ist schön in Ordnung halber. Na, auch nicht nochmal runterfallen. Das wollen wir dem nicht antun. So. Siehst du echt aus? Wie eine Hexe. Eine Rabenhexe. Hui. Ah. So, jetzt gehen wir zu den zwei Laternen-Ladies. Genau. Und dafür nicht vergessen, dass wir immer reinziehen können. Genau, es gibt noch so viel zu sehen. Was ist hier los? Nix. Ich nähere mich vorsichtig der Laterne. Was ist das denn? Muss überall Gegnerraum. Ja. Ich hab da überhaupt nichts gegen. Überall. Ich mag Geschenke. Ich auch. Auch wenn's Handgelenke sind. Ja. Ist okay. Reich mir die Flosse, Genosse. Oh, da sind Fallentypen. Mach die tot. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ah, boah. Attacke. Was war die zwei Ladies? Da geht's weiter, ja? Äh, hier hoch jetzt, ne? Ja, oder da. Was ist denn bei den zwei Frauen mit den Laternen? Da ist nichts. Das ist kein Tor. Ach so, guck mal, ach ja doch, das ist das, was man... Aha, gut. Gut, dass du das gesehen hast. Ja, wissen wir jetzt wenigstens, wohin wir zurückkehren müssen. Genau. Gott sei Dank nicht weit. Also, vom Anfang jedenfalls. Gut zur Orientierung. Ähm. Apropos Orientierung. Äh, wo bin ich? Da hab ich einfach mal gucken, wie viele Gang es hier gibt. Da ist eine Tür. Die wird aber erst von der anderen Seite geöffnet. Was du nicht alles weißt. Ja, das sieht man, glaube ich, bei den, äh, halt so aussahen. Ich weiß genau, was du meinst. Still! Ein deutlich schwerer vorgeheuernden Gegner, dass man wirklich so one-heat-kill eigentlich. Was das denn? Ah! Noch eine, da kommt noch eine. Zwei! Ah! Ach, guck mal, das sind Glock... Glockner-spinnen. Glockner-spinnen, wo klingelt's denn? Ja, wo klingelt's? Es ist immer die, ist meistens irgendwie weiter oben. Also, ich denke mal, wo die herkamen, die Spinnen. Aber wieso ist hier nichts? Ja, fragst mich Sachen. Ja! Oh, jetzt muss ich aber recht mal skritschen, bitte. Oh, mal, der geht. Gespockt! Oh, auch gespocken. Ja, ja, das ist aber gut. Wir müssen die Glöckner entzünden, das hat ja keinen Wert. Nee. Da sind drei Fallen, direkt vor dir. Danke, das hast du gesagt. Ah! Was bist du? Monocop! Oh! Kacke, oh, kacke, oh, kacke. Hier ist keine Glöckner. Oh, Falle. Oh! Oh! Oh, das könnte gefährlich werden. Da, da! So, die Roten sind alle weg. Jetzt hast du nicht mehr so viele hinter dir, wie du vorher hattest. Das hat sich halbiert. Das war ein gefährliches Spiel, aber du hast gewonnen. Boah! Du bleibst hier. Sehr, sehr, sehr gut. Aber das hat uns echt das erste Mal wieder so langen Blutvion gekostet. Und du auch. Ach, guck mal, da ist jetzt die andere Seite der Tür. Ah! So, die hier, ne? So, da müssen wir später zurück. Da sind wir nämlich noch nicht fertig, weil es noch nicht offen ist, das Tor unten. Nee. Also müssen wir weiter. Auf unserem beschwerlichen Weg. Vergiss die drei Fallenköppel nicht, bitte. Nee, nee, nee. Da bist du dabei! Hinter dir! Die hier, ne? Ja. So. Schweig, still. Gott sei Dank. Okay, da liegt's lang. Da kommen wir her, genau. Sollen wir hier lang. Was ist hier los? Da ist der Schalter. Der Hebel. Ah! Und einer, der schießt. Ja. Die Dickerchen vermisse ich irgendwie. Die waren netter. Schon ein bisschen, ne? Der ist blöd. Ey! Was ist denn das für eine? Oh! Und noch ein zugefügtes Organ. Wunderbar. Wunderbar. Hier, wo die Weg. Müssen wir oben noch durch die Abkürzung, dann haben wir's. Irgendwo, nicht irgendwo. Wir wissen genau, wo das ist. Ja, ja, ihr könnt uns nicht täuschen. Wir haben nicht die Orientierung verloren. Diesmal nicht. So. So, so, so. Hier oben hatten wir auch nichts vergessen, ne? Ich hoffe nicht, nein. Das sind nur Kerzen noch, die Leute. Okay. So. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Ich glaube allerdings... Da war aber nichts, ne? Da war halt der Raum, wo nix war. Ich kann natürlich nochmal gegen die Wände kloppen, aber... Oh, was ist das denn? Haben wir den gesehen? Ne, Moment. Von da kamen wir nicht. Doch. Doch. Hä? Müssen wir da noch... Merkwürdig, wie sich das manchmal zusammenfügt. Ich hätte das irgendwie andersrum in Erinnerung. Ich auch. Also wir waren zuerst hier, dann da. Dann... Und da hinten ist schon wieder der Ausgang. Ach, hier war das, genau. Hier war die Abkürzung zu Ende, alles klar. Ja. Und hier war nichts mehr drin, außer die Glockenqueen, ne? Genau. Die Bingeling. Die Bingelingeling. Genau. Ja, okay. Ne, dann... Dann gehen wir wieder. Aber wie gesagt, ist ja auch erst die erste Ebene, ne? Vielleicht ist die noch ein bisschen kleiner gehalten. Dann gehen wir auch durch die Abkürzung, ne? Ja. Dann haben wir uns die schon hier aufgemacht, ah ja. Wieso nisch? So, dann müssen wir runter. Dann müssen wir runter. Also wirklich, die Spinnlisse sind fiese Gesellen. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Äh, wo war sie denn nochmal? Hier, ne? Ja, ja. Uh, Entgegnerzeit. Ja, wo ist so schön blaue Leuchte? Das hat schon manche lernen in Anspruch genommen, hier die erste Etage. Hm. Ah, vielleicht kommt jetzt hier nicht noch eine Tür. Doch, eine. Ah, ne, du meinst im Zwischenkasten. Ja, genau. Ich glaube nicht. Ah, super. Auf geht's, kommt Feuer. Da, und rechnen, nur zu rechter. Da sind die Dickerste zurück. Hallo. Heute haben wir auch noch nichts. Hat denn die Blöde-Säure da? Hey, hier. 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 Mann, ey, ich verlange einem Strich wirklich schon was abhängt. Oh, oh nein, das war wirklich, ich glaube, nur zu zweitigen Strich oder so. Okay, einer weniger. Noch einer übrig. Oh, Gott sei Dank, ey, ich hatte echt mal einen Sperm zwischenzeitlich. Ja, einmal war es ziemlich klar. Okay, das war aber krass scheiße. Okay, da ist der Aufzug und da komm mal her, ne? Tja, jetzt haben wir uns echt einiges an Blutfühungen gekostet. Ja, Mann. Acht Stück eigenwehr, ja, 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 so ein Dreck. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, diese Wand, die sieht ja auch nicht zu stippelt aus. Ja, ich auch. Habe ich auch eben gedacht, die sieht mir verdächtig aus. Aber sie war unschuldig. Boah, aber diesmal geht das echt gut mit den Blut-Echos. Wie man sieht, 72.000 Stimmen. Ja. Aber 60.000 in der ersten Tag. Unglaublich, eigentlich. Das ist das Schöne, wenn es auch schwieriger wird, ne? Ja, ja. Es wird auch ertragreicher. Es war jetzt auch noch nicht so schwierig, dass ich sagen würde, so, ne? Aber wenn ich daran denke, jetzt direkt im Anschluss diesen einen Kelch da zu spielen, oder die Schüsse oder was das da ist. Ne, stimmt. Fui. Ich war auch ein bisschen kerlisch. Ja, man muss sich halt erst wieder umstellen, weil das war wirklich der Übergang jetzt. Vom letzten Kelch zu dem ist schon gravierend. Ja. Zumal wir, glaube ich, beim letzten Mal ja auch noch mal einen etwas leichteren gespielt haben. Genau, weil uns die Utensilien fehlten. Ah, guck mal. Hier oben ist die Tür, zu der wir später müssen. Genau. Und dann zieh die Leiter. Die werden wir nehmen. So. Mäh. So eine Seifenlaube. Das ist echt fies hier, ne? Das ist natürlich von der anderen Seite. Ja. Ah. Beide gleichzeitig eine Erkenntnis. Was war das denn mit so einem? Das kriegt der Alarm, oder was? Oh. Wo? Wo? Was sollte das bedeuten? Scheiße. Das hat mir Angst gemacht. Ja. Mir auch. Direkt so. Nein, nein, stell, 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 stell. Der macht irgendwas. Jetzt haubert. Ich wollte nur sagen, vielleicht war das so eine weiße Fahne eigentlich, die der geschwungen hat. Ein hat es dahin gerafft. da habe ich auch einen richtigen Moment die Fackel rausgenommen was ist das denn Blob, hau ab, alter, oh Gott der macht mich ich muss weg, ich muss weg oh man boah, das klingt jetzt eine krasse Scheiße beim wahrsten Sinne des Wortes echt aus wie einfach Fäkalien die runterkommen von der Decke und sich angreifen und hier einmal haben wir die Entwickler bestimmt auch wieder wir brauchen noch irgendeine krasse Scheiße was nehmen wir ja, nehmen wir einfach krasse Scheiße hey, wir hatten noch keinen Blob im Spiel da ist eine Leiter nach oben boah, jetzt muss man echt mal nach oben gucken da ist eine Leiter, genau also, wir gehen jetzt weiter gerade aus meinst du? ja wesentlich boah, ich hab voll Angst, dass jetzt wieder so ein Blob runterbleibt ja, I'm with you wer war das denn? wie hat sie denn jetzt dahin gebracht? ich weiß auch nicht, warum sterben die denn überhaupt? was ist denn das dahinten überhaupt? Ratten, Baby? ja wir aus wie Ratten, Baby? aber wo ist die Mama? wir wünschen, dass wir in Ratten, Babys was hast du denn jetzt? was machst du jetzt? was passiert der? ah, das finde ich gut ja denk mal das kann schon hilfreich sein ja, kennt er die um, ja zick um stehen die im Wasser? auch schon egal ich dachte nur, das Feuer ist so schnell aus oh, hallo ich muss direkt oh, ho, ho oh, wie viele das sind das ist ja echt unmenschlich das ist wahnsinnig unmenschlich ich glaube fast ich muss echt nach dem nächsten die Lämpchen mal abgreisen ja sieht echt so aus wenn jetzt hier nicht nur ein Haufen Blutviolen kommen boah, eine Stufe 5 dickes Kaltblut das war nicht das Literalblut ah, okay aber die Fünferstufe ist generell, glaube ich, was Seltenes was sagt, für eine Plage, ne? ja wo ist ein Rattenfänger, wenn man ihn braucht ich glaube, dieser Zweig ist leer ich glaube auch wir können die Leiter nehmen ja, genau ich glaube bei der Leiter machen wir mal einen kurzen Verschnauf-Break das finde ich gut ich muss auch erstmal wieder zum ja, ich muss auch gut Leute, was uns über der Leiter erwartet das ist in dem nächsten Teil tschüss bye-bye tschüss tschüss Vielen Dank.